Jetzt kommt der Aufsteiger der letzten Saison, überraschend Weltcup Zweiter, fast aus dem Nichts, Stefan Zünd aus der Schweiz, Dritter jetzt auch schon wieder in Oberstdorf, Dritter in Garmisch, Sinter bei der Tournee, Gewinner des Skiflug Weltcups. Er hat gestern im Training extra einen kürzeren Anlauf gewählt als die meisten anderen im dritten Versuch, wollte nicht zu viel riskieren.